folge nummer 20 bei pixelmon und ich mache heute einfach mal alleine mal gucken ob jemand mich haben will ansonsten will ich jetzt eigentlich die zeit einfach noch nutzen dass wir eben dass wir noch ein bisschen leveln und dass wir dann eben für den endkampf vorbereitet sind ich glaube das macht irgendwie momentan am meisten sinn ich hatte gestern übrigens auch was falsches gesagt mittlerweile ja doch ich denke ich kann das erzählen wir waren ja gar keine fünf mehr im projekt sondern wir waren ja nur noch vier guckt doch mal bei miss vanilla und grenz vorbei und schaut mir was da so ging das hatte ich gar nicht mitbekommen dass es dann ein fight gab und ja dementsprechend sind wir eh nur noch vier das wäre prinzipiell gar nicht schlecht für die letzte folge eben also für das finale denn ja mit der anzahl könnte man ja eigentlich ganz gut was machen dann wurde ich in der folge ich weiß gar nicht welche das ist darauf hingewiesen warum ich die ganze zeit von boden rede und dann kein na und mir dann kein rihorn fange ja absolut berechtigte frage habe ich auch schon in den kommentaren drunter geschrieben ich muss gestehen ich habe irgendwie nicht gewusst dass rihorn ja boden ist ich dachte irgendetwas wäre ein reines gestein pokémon weil ich meine das ding besteht komplett aus stein ich meine es macht durchaus sinn aber ich habe es echt nicht gewusst ich habe keine ahnung ob das gut gehen wird das ding ist boah ok wir gehen eben zurück alles klar also 64 gegen 34 auch wenn der pokémon typ günstig war für mich können wir nicht machen alles klar na ja war ein versuch wert ja dachte vielleicht klappt es ja wenn ich irgendwie mit elektro direkt anfange vielleicht können wir dann da was machen aber es hat nicht funktioniert ja wir haben jetzt noch zwei folgen ich denke mein line-up steht so gegen goro ist das mit pflanze es ist mit meinem boden pokémon auch ohne bodenattacke denke ich ganz gut weil damit kann sein elektro zumindest keinerlei elektro attacken gegen mich anwenden gegen grant ich habe eventuell das flug fast besser aber da wir ja vom den elementen herder dann doch besser aufgestellt sind vom level her besser aufgestellt sind wenn ich es anders mache ja ist denke ich die konstellation die beste so level 39 da haben wir sogar noch ein paar stein pokémon das ist sehr gut was haben wir level 47 ist natürlich ein bisschen kritisch aber oh gott jetzt hat es zuerst angegriffen level 40 das war zu befürchten wir haben aber gewonnen sehr schön level 41 kommst du bitte wieder runter hallo danke sonderpunch das ist doch das das ging gerade echt gut das hatte ich so fast nicht erwartet das brauchen wir eh nicht ich weiß gar nicht was das hier ist ist das hier elektro ich weiß es nicht gut das macht uns ganz schön schaden auch da könnten wir noch irgendwie ein level machen auch das wäre nicht unbedingt schlecht also das war das ding was so extrem low war das müssen wir nicht angreifen naja das hier lohnt sich fast nicht aber nehmen wir mit ja geht eigentlich hauptsächlich drum noch tour talk und eben electric zu leveln ich denke damit fahren wir am besten weit vielleicht zu großes risiko ist aber gut gegangen declett ist so hoch haut doch nicht ab ja blablabla oh gott wie lange die kampf nachricht gerade war dann haben wir noch mal einen kleinen stein naja level 11 was das ding machte schaden okay eigentlich war das nicht geplant mit electric anzugreifen beziehungsweise ich habe ja auch nicht angegriffen er hat mich ja angegriffen welches level hast du da oben flug pokémon sind immer gut ich muss sagen in dem gebiet hier tour talk zu leveln ist mega einfach aber elektek das ist gar nicht mal so einfach klar wir haben hier wasser pokémon aber gegen die wasser dinger ihr merkt es ja selbst gibt es kaum xp und gott und dass ich immer vorbei werfe hier das war die falsche attacke die wollte ich eigentlich nicht soja level 32 ist doch gar nicht mal schlecht da oben ist noch ein onyx oder ist das onyx jetzt weg oder ist das einfach nur ne sieht so aus als wäre das onyx weg das ist natürlich schade jetzt habe ich wieder nichts mehr zu essen ist auch das blöde aber gut was was soll es sollte eigentlich jetzt nicht zu viel ausmachen ist eigentlich jemand auf den server gekommen nein ich gehe auch fast mal davon aus ich glaube grance möchte jetzt auch einfach ganz gerne finale spielen und goro ich weiß nicht goro hätte wahrscheinlich schon ganz gerne nochmal gefordert aber der ist nicht on gewesen mein das hätte mich nicht daran gehindert jetzt auch aufzunehmen auch wenn wenn goro da gewesen wäre hätte als im zweifel zwei versucht ne dich möchte ich nicht du bist glaube ich auch psycho aber so ist natürlich so haben wir noch eine relativ ruhige folge und ich glaube mittlerweile ist es dann dadurch dass eben wir nur noch zu viert sind kann es glaube ich ein ganz gutes finale mal gucken aber ich meine vielleicht fliegt ja auch noch einer raus ist ja nicht so dass die anderen drei nicht noch gegeneinander kämpfen könnten vorher und theoretisch geht ja auch morgen noch was also nur weil ich jetzt heute nicht kämpfe heißt das ja nicht dass der rest nicht kämpft das weiß ich nicht was die vorhaben muss gerade mir noch mal ein paar fische holen eigentlich einfach nur dass ich ein bisschen was essen kann nur wenn das halt so gar keine xp gibt da hinten ist doch noch eins oder hier ja das mit dem essen da bin ich irgendwie noch nicht so hundertprozentig begeistert von muss ich sagen wie das gelöst ist level 30 was hast du denn für pokémon seapro klingt irgendwie nach klingt doch noch irgendwas wassermäßig oder ähm keine ahnung da macht das keinen schaden aber wir bleiben einfach mal dabei das paralysiert noch ist gut sehr gut level 35 damit haben wir wieder ein wasser pokémon als gegner optimal haben wir mal einen pokémon ähm trainer besiegt habe ich noch gar nicht gemacht ich meine das ist irgendwie ja die haben halt einfach dann mehrere pokémon das glaube ich das einzige was ach komm schon lass mich doch einfach euch treffen Zeit haben wir noch sechs minuten etwa komm schon goldini du eben bitte sterben alles klar vielen dank was haben wir da hinten eine krabbe oh das könnte schief gehen vor allem krabbe könnte ich mir vorstellen dass da noch gestein mit drin ist ähm nehmen wir mal hypno ja was ach das protectet sich hier ähm ähm what the fuck was ist denn hier gerade da komm gott was ist denn hier gerade los äh ich verliere gerade meine ganzen pokémon das ist super was ich hier gemacht habe das war die mega dumme idee von mir den anzugreifen naja dann gehen wir gleich nochmal zum pokémon center gerade passiert nichts gerade protectet er sich wieder nur ok so eigentlich müsste ich so einen mond nochmal besiegen denn die der mond ach ne quatsch das der buchstabe oder was wurde mir geschrieben ähm daraus kann ich nochmal sowas machen wie ich jetzt magnet habe ich ja und ich habe ja den dieses wasser ding was die wasserattacken verstärkt und sowas gibt es auch für psycho noch wurde mir geschrieben und dafür brauche ich eine ender perle die wird wohl von diesen dingern gedroppt das hätte ich mal irgendwie wenn ich da noch was sehe könnte ich das ja zumindest nochmal versuchen vielleicht so pokémon center müsste eigentlich in die richtung liegen wenn ich mich nicht irre prinzipiell haben wir eigentlich gar nicht so schlecht dieses uns heute geschlagen turtalk jetzt auf 41 das ist echt gut vor allem ist man mit meinem turtalk ich bin weiterhin der meinung dass ich gegen grenz gar nicht unbedingt schlecht aufgestellt bin der hat immer noch sein garados im team also wenn er das da nicht irgendwas faket und eigentlich was viel stärkeres hat bin ich gegen grenz denke ich echt gut aufgestellt weil da habe ich mein hypno und mein turtalk habe ich gegen sein starter pokémon gegen seinen pflanzen pokémon habe ich also nicht das ist ja pflanze und gift glaube ich oder pflanze und käfer auf jeden fall so dass eben da auch mein hypno gut gegen ist beziehungsweise ja doch da ist mein hypno gut gegen ähm ja wie gesagt er hat immer noch sein was habe ich eben gesagt was er im team hat ähm sein genau hier garados hat er im team da ist elekt ist elektro doppelt gut gegen und ähm ja gegen alles andere und gegen sein dark habe ich halt nichts aber ich denke dass wenn ich den rest von ihm besiegen kann was ist das das ding protectet sich wieder boah willst du mich verarschen okay komm gucken wir ob wir weg kommen sehr nervig mit dem protect zwei minuten haben wir noch was bist du ja genau ich fange ein level 2 pokémon das klingt doch nach einem superplan habe ich gehört ich kämpfe gegen ein level 2 pokémon nein das macht mir gar keinen sinn ja so ein schönes flug pokémon wäre jetzt noch super also zum angreifen weil dann hätte ich vielleicht auf meinem electech noch ein level das wäre echt gut gewesen und ähm das wäre dann 36 level 28 level 28 ja das sollte ja auch okay damit sind wir jetzt 42 also darüber kann ich mich echt nicht beklagen wie gut wir mit tourtalk vorankommen äh schäte das war nicht der plan was haben wir noch immer noch 1,20 so dann machen wir noch bite drauf sehr gut das müssten wir doch auch damit machen können level 43 nice also heute kommen wir echt gut voran das mit den leveln mal schauen was wir noch was wir morgen noch schaffen ähm an leveln also gefällt mir ganz gut heute 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 bin ich echt zufrieden oh da haben wir noch so ein dark ding das dark ding hätte ich natürlich auch gerne gehabt weil dark zu counter ich meine auf der einen seite countert dark nicht besonders viel aber auf der anderen seite wird es auch von wenig gekuntert und es hat relativ viele resistenzen also das ist gar nicht schlecht noch ein wasser hier irgendwo da haben wir einen wulpix das brauchen wir nicht da haben wir noch irgendwo ein wasser pokémon da hinten ist noch ein goldini das machen wir noch dann schauen wir nochmal ist hier noch ein weiteres wasser pokémon nein kein wasser pokémon mehr dann disconnecten wir ich bedanke mich vielmals fürs zusehen eine folge noch dann geht es zum finale ich freue mich riesig aufs finale ich glaube das wird richtig cool und ähm ja wie immer vielen dank fürs zusehen und bis morgen dann geht es zum nächsten Mal uns dann gehts zum nächsten Mal und bis jetzt mal es geht um dann geht es zum nächsten Mal